So, 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 YouTube, hallo, lo und herzlich willkommen zu Geotastic. Was ist Geotastic? Wir werden irgendwo in der Welt abgesetzt und müssen herausfinden, wo wir genau sind. Also man kann natürlich auch spielen, dass man nicht genau herausfindet, wo man ist, aber wir werden's tun und wollen dabei 18.000 Punkte erreichen. Dabei haben wir, ja, ich sag mal, unendlich viel Zeit, weil wir ja ganz genau sein müssen. Dafür machen wir nur drei Runden, ne, und ich würd sagen, es geht einfach los in Runde 1. Vielleicht geht's nach Bangladesch? Mal gucken. Wo sind wir? Das sieht doch aus nach... Kanada oder sowas, nicht? So, ja, gut. Niederlande, nee, nee, Niederlande ist viel zu hässlich für Niederlande. Wenn eher Belgien oder sowas, aber fühlt sich nicht so an. Aber es ist Europa. Wahrscheinlich oder Richtung Luxemburg hoch oder so. Aber obwohl... So, einzelstehende Häuser? Dänemark vielleicht noch? Warte, da... Wey. Storwey. Vielleicht doch Niederlande, aber das ist ja aber eine schäbige Ecke, oder? Also, sieht jetzt nicht so geil aus. Aber getrennter Radweg. Okay. Ich bin jetzt mehr überzeugt. Aber Wey? Wey, Wey? Nee. Dänemark nicht? Wey. War das Dänemark mit Wey? Ja, nicht? Wir gucken mal hier. Wie heißen eure Straßen? Genau. Wey. Dänemark. Wollte doch sagen. Die haben nämlich auch eine gute Infrastruktur. Aber es sieht halt nicht so aus. Es sieht halt so ein bisschen aus wie ein bisschen besseres Deutschland. Aber in Dänemark kann man sich darauf verlassen. Geil. Ein Schild. Sehr schön. Wir sind bei der E39. Die E-47. Äh, 45. E39, der oben bei Arlborg. Saltom. Oder Saltum. Äh, Storvorde. Storvorkor. Nequartuk. Mandeca. Storvorkor. Hä? Mal ein bisschen klingonisch. Es war ausgedacht meins. Aber es gibt auch Leute, die es richtig regen können. Äh, an der 190. Passt. 543. Passt auch. Dann sind wir hier. Und Zentrum geht nach Süden. Das heißt, wir sind hier. Und jetzt können wir wieder gucken, wie die Straße hieß. Und dann finden wir es. Ähm. Niedersachsen. Äh, kommt der hin. Wie war doch irgendwo dieses Dreierschild für die Straßen? Wo hatte ich denn das? Was geht hier im Kreis? Nicht da. Da war es. Ullige Wey. Ah, schlecht zu lesen. Aber ich glaube, Ullige Wey. Ullige Wey. Ecke. Ullige Wey. Ecke. Da steht immer so blöd arg. Billige Wey. Ullige Wey. Billige Wey. Okay. Nicht mehr zu lesen. Äh. Von da kamen wir, wo die Müllabfuhr kommt. Hier. Vielleicht ist das besser. Da. Limsford Wey. Limsford Wey. Das nehmen wir. Ullige Wey. Limsford Wey. So groß ist die Stadt ja nicht. Limsford Wey. Da haben wir es. Da ist der Strobel Wey. Aber wo ist der Ullige Wey? Okay. Okay. Und die Straßen sind gar nicht mit dem Namen eingezeichnet, die ja hier steht. Das ist blöd. Weil hier ist... Ach, da steht Liegenummer nur. Hm. Nicht, dass der Weg nochmal irgendwo anders aufgegriffen wird. Okay. Wir gehen nochmal an den Start. Wir stehen auf jeden Fall in der... Okay. Ich glaube, das ist die Ecke hier, nicht? Hier stehen wir. Oder hier. Eins von beiden. Wo wir hier auf die andere Straße rüber könnten. Wo nur so ein Fußgängerweg ist. Da hier kein Fußgängerweg nach Norden eigentlich zu sehen ist. Fehlt mir das hier. Okay. So, aber bei uns geht es nur nach Westen. Norden und unsere Straße geht nach Süden. Süden, Norden, Osten, Süden, Westen. Süden, Westen. Wir haben also so eine Ecke. Und... Das geht so ein Stück nach Norden. Das heißt, wir können eigentlich nur hier sein. Oder hier. Hier sind wir drin. Das ist es. Deswegen kein Nord-Ost-Ding. Hier haben wir es. Und das heißt, wir müssen nach Westen. Nicht? Wir fahren nach Westen. Dann kommen wir auf den Way. Das Ding hier hilft uns nicht. Warum auch immer. Da überhaupt was dran steht. Aber ich glaube, da steht immer nur Liegenummer, nicht? Okay. Dann kommt hier die Müllabfuhr. Und dann kommt die große Straße raus. Limps 4 Way. Genau. Und da geht es rüber in die anderen Hausdinger. Und das sind nochmal zwei. Das passt. Und da geht es rüber einmal in den Kreis. Und da geht der andere Weg. Und dann gucken wir nochmal, ob der seitliche Fußgängerweg kommt. Da kommt der seitliche Fußgängerweg. Das ist das hier. Und dann haben wir es. Stehen doch Hausnummern. Wer braucht denn Hausnummern? Hausnummern sind für Cheater und Anfänger. So. Das heißt, wir stehen da. Bango Bongo. 4 Meter 13. Ach. Dann Hausnummern checken. Wer braucht denn Hausnummern, wenn der Weg passt? So ein Ding ist das nämlich. Dänemark. Geschafft. Und damit geht es nach Runde 2. Das ging echt gut. Thailand oder Bangladesch oder was. No Smoking. Irosin. Oh. Malaysia. Es steht Englisch da. Oh. Dann haben wir noch eine Chance. Oder Philippinen. Philippinen waren ja heute schon öfter mal dran. Nicht? Auf jeden Fall kein Bangladesch. Ich bin zufrieden. School Zone. Ah. Guck mal. Hier. School Division of Sorsogon Bulusan District. Ah. Bulusan. Kan-na-bulusan. Hm. Okay. Malaysia oder Philippinen. Bulusan. Bulusan. Sag mir in beiden Fällen jetzt erstmal spontan nix. Aber das ist ein gutes Schild. Ägypten. Ah. Wenn wir eine Pyramide sehen, dann gebe ich dir recht. Baka meat for sale. All day breakfast. Sehen wir irgendwo eine Flagge? Die hängen ja gerne mal eine Flagge raus. Aber ich merke mir zum Beispiel sowas wie, wie sehen die Straßen und die Pins am Rand aus? Das kann ich mir irgendwie so ein Null merken. Okay. K624. Wenn du hast, das ist die Straßennummer. Dann wären wir aber eher in Malaysia. Als in den Philippinen, oder? Ich kann mich nicht erinnern, jemals in den Philippinen eine Straßennummer gesehen zu haben. Gut. Oder es heißt nur irgendwas anderes. Hm. Hilft mir jetzt nicht bei der Entscheidung, das zu unterscheiden. Autos haben die auch ähnliche? Also, Bulosan ist auf jeden Fall Carwash. It's a carwash. Yeah. Hm. 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 Ah. Da stand noch was. Die haben auf jeden Fall viele offizielle Schilder. San Rafael, Elementary School, Bulosan District. Das ist das Einzige, was ich lesen kann. Thank you, San Rafael. Bulosan. Our kids. Our wisdom. San Rafael. San Rafael. Office School Head. No Face Mask. No Entry Policy. Tugosa Harmonitas Balik Aral. Hm. Also, in den Philippinen ist er spanisch. Indonesien? Nee. Dann hättest du schon Selamat Datang oder sowas gelesen. Also, würde mich wundern, wenn das Indonesien wäre. Passt so irgendwie nicht zu der Infrastruktur, die ich zumindest von Indonesien kenne, aber es könnte ja Bali sein oder so, nicht? Bulosan, Bali. Dass das einfach andere Insel, andere Sitten sind. Das kann durchaus passieren. Aber von der Sprache her weiß ich nicht, ob das so passt. Dann wäre ich eher in Laos oder so noch unterwegs. Auf jeden Fall 2020 aufgenommen. Badak. Hotline. So, so. So, so Garn. Ich glaube, so, so Garn ist die Insel. Kann das sein? Aber so, so Garn kenne ich hier zum Beispiel gar nicht. Aber ich glaube, hier haben wir ein Soorso Garn gehabt. Frag mich mal, wo. Wir haben halt so viele Inseln. Mindoro. Das war Luzon. Katadunas. Sibujan. Aber dafür ist mir das zu wenig Spanisch hier eigentlich. Balisan. Barangay. Budosan. Aber San Rafael passt schon nicht zu Spanien und damit auch in die Ecke vielleicht. Hier ist San Francisco. San Rafael wäre hier oben an der Küste sind mehrere gewesen, glaube ich. San Antonio. San Fernando. San Antonio. Santa Maria. Batangas. Barangay. Ah, ne. Batangas. Lippay. San Pablo. Santa Cruz. San Miguel. Es passt schon gut hier in die Ecke. San Fernando. San Juan. san lucha man santiago san rossi san rossi panai das problem ist halt auch die die inselnamen zu extrahieren aus den ganzen siri gao aus den ganzen anderen namen die hier stehen nicht biliran manchmal sowas hier manchmal sehe ich es einfach gar nicht bogo balokot leipzig ok noch ein stück weiter fahren wenn wir viel glück haben und dass die philippinen sind stehen ganz oft so offizielle schilder am rand von republik der philippinen hier ist dies und das zu klein bulusan san raffae bulusan ich glaube viel mehr informationen werden wir nicht kriegen durchs rumfahren als das was auf diesem schild stand gut vielleicht eine flagge aber ich weiß nicht ob jetzt hier im dschungel eine flagge auftaucht aber scheint nicht so eine leere gegen zu sein hier wird gleich das nächste dorf kommen was verkaufen die hier hier republik of the philippines siehst du die schilder stehen in den philippinen alle nase lang die sind richtig gut aber gut hätte mich auch gewundert wenn es nicht die philippinen sind das heißt eigentlich haben wir jetzt alles wir wissen die philippinen wir wissen sarugano und ja was soll ich noch mehr herausfinden nicht wahr also mehr als bulusan sorgosan kann ich nicht herausfinden und san raphael hatten wir noch das heißt wenn wir in san raphael irgendwo sehen finden wir vielleicht den distrikt barangay ich weiß ich war auch schon mal im bulusan glaube ich aber fragt mich mal wo das war das ist wieder wochen her also philippinen hatten wir glaube ich im februar sehr oft das habe ich alles vergessen san rosé sich alle nase lang ich san isidor herr der ringe willkommen san ricardo panao island san barnau babae santa fe barangay san rita san isidor nochmal burungan bulusan bulusan oder san raphael es kann auch sein dass bulusan glaube ich war ein bezirk in san raphael war nicht san raphael hier oben das war ein san rosé hier drin ich dachte hier war ein san raphael und im san raphael hier in san pedro war dann ein bulusan oder so ich weiß auch irgendwo wo war denn diese insel das geht echt weit runter hier da weiß ich da war ich immer hier an der falschen stelle irgendwo und dann war bulusan auf der seite oder sowas aber frag mich mal wann und wo das war genau ich weiß nicht ob ich hier gesucht habe und dann war es da oder habe ich hier gesucht und das war da ich weiß nur da haben wir ewig gesucht und da habt ihr es dann irgendwann gesehen aber ich halt nicht da waren wir aber auch echt in der krassen zoom stufe dran san ruan kein bei ich habe auch noch kein san raphael gesehen muss ich gestehen ich habe alle suns gesehen außer san raphael das kann aber auch hier san miguel wieder sowas ganz kleines sein und die region war nur sowas hier also das bulusan wäre sowas soweit ich weiß binunan volokoll luzenka keine tipps keine tipps mhm bulusan aber das müsstest du wissen kardila bonguai city gucken einfach mal kardila erst problem ist die großen bezirke stehen nirgendwo wenn man rumfährt da baliwein bonguai santiago santa maria san jose ballatan noch suche ich selber noch gebe ich nicht auf san raffae suche ich ja san raffae bututan wer sind die regionen hier karaga mindo wo sogo zagaran da war jo hier haben sie gar keine namen sehr schön immer google danke für nix sind hier namen vielleicht irgendwo region nö ok also die region ist ohne namen das ist sehr praktisch die hat echt keinen namen hier saminando aber das ist saminando und was bist du das steht nicht da die region ist namenslos die haben keine die linie hat hier keinen namen das ist minando pensula sambonga malangas balisan jolo island das hatten wir vorhin nicht jolo island da hatten wir schon geguckt buzu buzu anga buzu anga san nicolas san ninho san rossé san rossé san rossé bonga bong gehen wir nach bonga bong nicht wahr das beste was wir kriegen können bonga 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 bong Selbst hier. Selbst hier finden wir in Buone Vista. Aber ich muss echt meinen Kopf trainieren. So, so gone. Da. Glück gehabt. Hier ist auch Luzon. Weil Luzon ist doch da oben. Okay, das Ganze ist Luzon, nicht? Okay. Ja, macht Sinn. So, das ist aber nur die halbe Miete. Bulusan. Hat die Region einen Namen? Hier oben erst. Bicol Region. Bulan. Bulusan. Okay. Haben wir auch. Zogosan, Bulusan, Sabang. Jetzt suchen wir San Rafael. Das ist gut. Und Sabang. Sabang. Baksangang. Kaprinko. Wir suchen mal ran. Villa Luchas. San Rafael. Die hatten wir eben nicht. Und die lag Richtung Nordwesten. Und dann nach Westen. Norden. Osten, Südwesten. Sind nach Norden. Und dann nach Westen. San Bang. Elementary School. Bulusan National High School. Aber da ist Wasser. Wir sind ja auf dem Berg rauf. San Rock. Das passt nicht. Da ist ein Vulkan in der Nähe, der so heißt. Das hilft mir ja nicht. Das hätte nicht mal vorher geholfen. Außerdem gibt es den Namen hier immer 1500 Mal. San Francisco. San Central School. Okay, aber dass wir so dicht am Wasser sind. Warte mal. Müssten wir ja Richtung Osten hier ans Wasser kommen. Müsste hier hinter Wasser sein. Quasi. Osten. Und jetzt geht es nach nach Norden. So, da ist mal eine freie Stelle. Vielleicht können wir da gucken. Ja, da ist direkt Meer. Okay. Das heißt, wir sind hier irgendwo. San Bang Elementary School. Da ist sie. Okay. Aber da stehen wir ja nicht. Wir stehen an der Ecke, wo es zum Meer geht. Nicht? Was heißt, wir stehen hier. Und zwar dort. Vor der Kante von diesem Häuschen. Und, äh, das Schild habe ich übersehen, nicht? Aber es ist auch so schlecht, ich habe es nicht wahrgenommen. Philippinen müsste hier ja irgendwo draufstehen. Aber es ist zu schlecht in der Qualität. Finish. 6,57 Meter, weil die Straße nicht genau eingezeichnet ist. Eigentlich bin ich da lang gefahren, nicht wahr? Na gut. Lassen wir das. Damit haben wir auch die Philippinen geschafft. Und damit geht es in Runde 3. Ah, sehr schön. Auf jeden Fall Menschen, Baustelle, Häuser, Osteuropa, Deutschland. Also sind wir wieder in Bulgarien. Ne, sind wir nicht. Er setzt uns heute doch mal gut an anderen Stellen ab. Aber das ist, das ist eine gute Stadt. Das ist gut. Nicht? Das ist, guck mal, wie schön das hier auch mit den Bäumen ist. Könnte Polen oder Ungarn sein, eventuell Slowakei? Wokke, Pofke, Torwanek? Wie sind, das habe ich ja noch nie so gesehen. Bukowa, Ilok? Okay, also auf jeden Fall hilfreich, wenn wir wissen, welches Land das ist. sehr viel Englisch. Das sieht aus wie Kroatien. Äh, Kroatia. Aber stimmt doch, die sind ja in der EU inzwischen, oder? Die Kroaten sind beigetreten, oder? Das muss ich echt googeln. Kroatien, EU. 2011 sogar schon. Naja. Und 2013 beigetreten. Okay. Ja, es ist schon ein bisschen her, nicht? So elf Jahre. Okay. Ilok. Pula. Torwanek. Torwanek. Ilur. Aber hier, die Namen passen schon nicht. So. Kirk. Ilok. Kress. Torwanek. 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 Torwanisch. Torwanisch. Gar nisch. Dubrovnik. Okay, das kennt man da unten. Split kennt man. Zagreb kennt man. Mein Berliner Restaurant Zagreb gibt es nicht mehr. Aber gut, ich wohne da ja nicht mehr. Aber früher gerne da gewesen. Aber Corona hat sie alle niedergerissen. Es geht echt weit hier rüber rein. Orthog. So oft war ich hier um Gliener. Um die Ecke. Brindere. Senj. Also Ilok muss ja eigentlich relativ groß sein. Weil es 55 Kilometer weg ist. Dann würde ich also sagen, ich war aber auch schon mal auf diesen Inseln. Und es kann sein, dass so eine Insel sehr lang gezogen ist. Und da was drauf ist. Viele sind ja auch über Land doch miteinander verbunden. Oder über Brücken. Hier zum Beispiel. Hier nicht mehr. Hier nicht mehr. Aber dann würde ich natürlich auch erwarten, dass das irgendwo dran steht. Winkowski. Wendolski. Ich hoffe, das ist hier nicht alles wieder falsch geschrieben. Straßennummer suchen. Weiß ich jetzt nicht. Vuku war. Ich meine, so viele Straßen haben die nicht. Wir müssen ja die E65 finden. Wodice. Ich meine, das kann ich, Ilok kann ich, oder Lelok kann ich so klein sein. Ich meine, 55 Kilometer bedeutet quasi der Abstand von hier nach da. Das sind 50 Kilometer. Genau. Also, von Split bis zur Grenze, das sind 50 Kilometer. Das heißt, in so einem Bereich müsste es irgendwo auftauchen. Und das müsste eine größere Stadt sein, weil ich gebe ja nicht den kleinsten Ort in 50 Kilometern an. Das heißt, das muss ein großer Ort in 50 Kilometern sein, der auf der Karte in der Zoom-Stufe Minimum angezeigt wird. Aber er kann natürlich auch über der Grenze oder an der Grenze liegen und dann sehe ich ihn oft nicht. Aber hier würde ich Ozjek erwarten, hier würde ich Zagreb in der Nähe erwarten. Vasardin, Sissak, Glina, Slunji, Vrobosko. Hier würde ich Pula erwarten. Pula Pula. Ich hatte auch immer Puster Puster Platte früher bei unserem Kroaten. Das war lecker. Hier Kress, würde ich Kress erwarten. Ja. Hier Zadar, würde ich Zadar erwarten. Vukova sehe ich nicht. Ich sehe Vrika, Vodice, Wies, vielleicht Vinkochi. Mich wundert, was das hier ist. Das könnte unsere Stadt sein, in der wir sind. Und das ist Stadtzentrum oder so. Oder wir sind wirklich hier am letzten Zipfel, aber dann würde ich Dubrovnik erwarten. Oder, das hatte ich auch schon mal, man ist in Montenegro ein Stück drin, aber dann wäre mehr russisch, nicht? Auf der anderen Seite, gute Idee, das ist vielleicht besser. Steht hier, Dakovo. Dakovo. Dakovo hatten wir doch schon. Dakovo war doch hier eben, oder? Oder stand es auf dem anderen Schild auch drauf, dann habe ich es davor gelesen. Dakovo. Dakovo. Kann doch alles gar nicht so weit weg sein. Ich meine, das Land ist zum Glück nicht so breit, dadurch kann man es super abscannen. Und in der Zoomstufe erwarte ich die Orte eigentlich gerade noch nicht. Zumindest nicht die, die 30 oder 50 Kilometer weg sind. Hier oben waren wir auch schon mal drin. Auch eine sehr schöne Ecke. Wir waren glaube ich, hier waren wir. Wir sind hier rumgefahren. Kastav. Da war Dakovo. Ist was Größeres. Ja, ja, ja. Ich habe es ja auch eben vorgelesen. Ich sehe es halt nur nicht mehr. Du hängst leider zu weit zurück. Weil wenn du da sagst, bin ich schon 30 Sekunden weiter, nicht? Dakovo. Dakovo. Novigrad. Okay. Can I. Bin ich, du 아닌. Twinik. Dubrofник. Ich kann nochmal in die Zoom-Stufe Das kann doch nicht so schwer sein Komm Runde 3 Gönn jetzt Dakovo Dakovo Meine Augen Seht und wisset Dakovo ist uns gnädig Stahye, Olu Gun Rieka Novigrad Porsche Pula Zada Bendorf Zu viel Ja, sind zu viel kleine I don't see it Okay Wenn ich es selber nicht sehe Dann Muss ich erstmal weiter Aber das ich so gar kein sehe Vinkovski Tupanja Tupanja Dakovo muss ich einfach nur sehen Ne, soll es noch nicht beschreiben Es hilft mir schon, dass man es sieht Kalowak Zagreb Vazidin Ojit Zadar Split Dubrovnik Also in der Zoom-Stufe Nein Ich hoffe nicht, dass es Truva ist Dav Dakovo Da hinten Boah Alter Wieder echt nicht gesehen Aber gut Die Ecke Da hätte ich erwartet, dass Oziek Dransteht Nicht? Deswegen Also Bei Bei sowas Wenn Wenn hier nicht Zagreb In der Region Dransteht Dann suche Ich suche hier auch nicht Und hier suche ich Oziek Hier suche ich Rieka Hier würde ich Pool suchen Deswegen gucke ich hier in die Ecke Hier gucke ich hier in die Ecke Nicht? Zwischen den Orten Hier Hier Zadar Hier erwarte ich Zadar Hier erwarte ich halt Split Und Dann gucke ich natürlich nicht In die Nähe von solchen Orten Auf die Orte Nicht? Ich scanne halt dann Das hier ab Eher Die Die Sachen mit meinen Augen So Und wenn der Ort aber hier So dicht dran liegt Aber Zagreb nicht dran steht Zum Beispiel Oder hier halt Oziek Ja Aber Lock Sehe ich trotzdem nicht Und das muss 55 Kilometer Von hier sein Nach Norden Ah Vielleicht liegt das nicht In In Dings Das kann natürlich sein Eine der stehenden Ortsnamen Hast du gerade in der Karte Vorgelesen Kann durchaus sein Vukovar Vinkovic Aber Ja den anderen Siehst du den? Ila Iloc Locklock Nicht dass wir ihn jetzt bräuchten Aber würde mich einfach Interessieren Falls ich das nochmal sehe Da Da ganz hin Alter Wirklich In so einer Exklaven Rotz Ecke Alter Versteckt Ah Okay So Und Das geht nach Norden Okay Interessant Und Tovanik Geht nach Osten Tovanik Da ist Tovanik Okay Das heißt Irgendwo Wahrscheinlich Gehen die hier drüber Dahin Da dahin Und Vinkovic Und Dakovo So Schon mal gut Jetzt müssen wir nochmal rausfahren Dann wissen wir wie das Dorf heißt Und dann ist gut Okay Ist auf jeden Fall nicht so klein Aber Finde ich cool Nicht Hier guck mal Ah super Zur nächsten Ecke gefahren Da hätten wir die A3 und die E70 gehabt Zupjana Nach Süden Zupjana nach Süden Zupjana Zupjana Dann sind wir hier in Vinkovic Nicht Das ist auch groß genug Dann sind wir gerade hier Eben waren wir hier Dann kommen wir hier irgendwo raus Dann holen wir uns jetzt den Straßennamen Ich hoffe die haben Straßennamen Wenn die keine Straßennamen haben Dann wäre blöd Aber ich glaube wir fahren ja direkt auf die Große auf Nicht Auf den Kreisverkehr sogar Im Norden Okay im Norden ist ein Kreisverkehr Ich hoffe die haben nicht viele Kreisverkehre Dann sind wir glücklich Und hier gibt es ja auch Läden Patrici K Ja genau hier würde ich sagen stehen wir Da ist der Kreisverkehr Nur Patrici K gibt es nicht mehr Oskar Oskar ist aber noch da Pet Shop Oskar Der ist eingetragen Okay Und wir kommen auch aus der Da hinten Aus der hier Ähm Und wir stehen an der Seitenstraße Also können wir eigentlich nur hier stehen So Du hast die Kreuzung inzwischen gefunden Ja Wenn man das andere schneller sieht Ja ich Ich müsste glaube ich mir irgendwie Augen kaufen Neue oder sowas Kennt da jemand jemanden? Achso das war jetzt nach Süden Okay da kommt nur noch die eine Ja Okay und nach Norden Äh Ne das ist schon wieder Süden Ich will nach Norden Die geht nach Südosten ab Dann stehen wir hier Oder da Wartet Das werden wir noch gegenchecken Das ist die andere Das ist die dann Ne da müssen zwei hintereinander kommen Interessant Ah aber da steht ein Straßenname Aber Ding Da komme ich nicht ran Oder? Balka Tinka Balka Tinka Daima Tinka Ja Daima Tinka Aber wo ist die zweite Straße nicht? Ja gut Das ist vielleicht nur eine Auffahrt Aber ne Ne okay Da kann er nicht reinfahren Der springt dann auf die andere Seite Also das ist nur ein Parkplatz Ist natürlich gemein Das sieht aus wie eine Straße Ne Ist aber keine Das heißt die ist auch nicht eingezeichnet Die geht hier rein Und das hier ist das Gebäude So Na es liegt an den Augen Definitiv So und das heißt aber da drüben Ist noch die andere rein Da ist sie Sehr schön Und am Bingo Bongo Haben wir mit 2,55m auch das geschafft Und damit haben wir 18.000 6,56 in Dänemark 19,25 in den Philippinen Und 18,23 in Kroatien Kroatien sogar schneller als die Philippinen Sehr gut 44 Minuten 44 Das ist eine Schnappzahl Darauf trinken wir Prost Und Bis zur nächsten Aufnahme Bole K Benni Bingo war dem Bingo 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 Bingo